Woher stammt der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten? Medina im Juni des Jahres 632. Im Haus seiner Lieblingsfrau Aisha ringt der Prophet Mohammed mit dem Tod. Niemand weiß, wie es ohne ihn weitergehen soll. In dem Moment, wo eine so mächtige Überfigur wie der Prophet möglicherweise im Sterben liegt, werden natürlich alle nervös. Denn die Nachfolgefrage ist nicht geregelt. Und das hat zu allen Zeiten in der Geschichte natürlich zu Konflikten und zu Kriegen geführt. Schnell bilden sich Allianzen. Ein Lager formt sich um zwei erfolgreiche Heerführer und Gefährten des Propheten. Aus ihren Anhängern wird später die Glaubensgemeinschaft der Sunniten hervorgehen. Im Mittelpunkt des zweiten Lagers steht Mohammeds Cousin und Schwiegersohn Ali. Als nächster männlicher Verwandter wäre er der natürliche Nachfolger des Propheten. Seine Anhänger bilden die Shi'at Ali, die Partei Alis. Heute bekannt als Schiiten. Da Mohammed selbst keine Söhne hat, bereitet Ali in das Grab. Währenddessen treffen sich bereits einige Stammesführer, um einen neuen Anführer zu wählen. Es geht um die Zukunft der islamischen Bewegung. Auf einem staubigen Hof in Medina wurde damals Weltgeschichte gemacht. Auf der damaligen Entscheidung sollte die Geschichte der Welt basieren. Das ist keine Übertreibung. Alles stand auf dem Spiel. Tatsächlich droht die gerade erst geformte Gemeinschaft der Muslime auseinanderzubrechen, weil sich die Stammesführer gegenseitig nicht über den Weg trauen. Ali ahnt nichts von der Zusammenkunft. Oder aber er rechnet vielleicht damit, als engster Verwandter automatisch Mohammeds Nachfolger zu werden. Doch niemand scheint auch nur an ihn zu denken. Als Abu Bakr Omar als Nachfolger empfiehlt, lehnt dieser ab und macht einen Gegenvorschlag. Dann steht Omar auf und sagt, strecke deine Hand aus, Abu Bakr, und ich schwöre dir meine Treue als Nachfolger des Propheten. Abu Bakr streckt die Hand aus und Omar leistet ihm Treueheit. Es ist einer der Schlüsselmomente der Geschichte. Abu Bakr wird von der überwältigenden Mehrheit der Muslime als Khalifa Rasul Allah, als Nachfolger des Propheten Allahs, anerkannt. Durch Omars Geschick wird Abu Bakr zum ersten Kalifen. Für Ali und seine Familie ist die Wahl Abu Bakrs wie ein Schlag ins Gesicht. Sie steht ganz am Anfang des innerislamischen Konflikts. Denn die Schiiten erkennen den Kalifen nicht als ihren rechtmäßigen Führer an. Heute zählen rund 20 Prozent der Muslime zu den Schiiten oder ihnen zugerechneten Konfessionen. Das Gro bilden die Sunniten. Eine fragile Gemeinschaft, in der der alte Konflikt immer dann aufbricht, wenn politische Mächte ihn für sich nutzen. Auf den Schlachtfeldern in Syrien, Jemen und dem Irak kämpfen Muslime gegen Muslime. Die Kriegsgegner schüren den Hass zwischen den Konfessionen. Ein Ende der Gewalttaten scheint nicht in Sicht. Dabei wünschen sich viele unter den Schiiten und Sunniten nichts mehr, als in Frieden in ihrer gemeinsamen Heimat zu leben. Mehr zum Thema gibt es auf der Terra X Seite in der ZDF Mediathek. unter derренache DLC Das war dasço auf der Terra. Die Steady.